Bei der Turmburg in Riedheim, auch Burgstahl genannt, handelt es sich um eine Burganlage aus dem 11. Jahrhundert. In der Mitte der rechteckigen Ringmauer erhebt sich ein viergeschossiger Wehr- bzw. Wohnturm. Vermutlich war die gesamte Anlage einst von einem Burggraben und einem Wall umgeben. Im Laufe der Jahrhunderte wechselte das Gebäude mehrfach den Besitzer. Es bestanden sogar einmal Überlegungen, den Turm abzureißen und nur die Wirtschaftsgebäude zu nutzen. Glücklicherweise konnten solche Pläne immer wieder verhindert werden. Nach Ausbesserungsmaßnahmen um 1900 sowie Anfang der 50er Jahre erfolgte eine erneute umfangreiche Restaurierung Ende der 70er Jahre. Die nachfolgenden Filmaufnahmen zeigen einige der damals durchgeführten Arbeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Herr Hauptspracht Die ZDF für funk, 2017 Herr Hauptspracht Die ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2019 G Nagel ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Verkaufnahmen Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.